Heiler reinnehme, so Flakka ist Heiler, Kopie an die Stelle, Knufi hier hin, ich müsste mich eigentlich noch heilen, aber ich will nur beten, ne? Das habe ich schon, soweit ich kann, aufgerüstet. Können wir das hier mal so machen und ziehen die Schmiederschmiede ein bisschen ordentlicher aus. Flakka, der ist nicht zum Schaden machen da, dich brauche ich gerade nicht, Knufi. Flakka, die haben das also schon, so und hier, Flakka, Heilung, ziehen, Knufi, Minus aus, das würde ich mir geschickt, Schadenmodifikator bleibt gleich, Schadenmodifikator bleibt auch hier gleich, Gritmodifikator kommt hier dazu. Okay. Das ist doch irgendwie mal benutzt, könnte ich nur buffen. Das muss ich glaube ich nicht erhöhen, unbedingt. So, mal ein mittleres. Bei der Zusammenstellung. Labyrinth plus. Meereshöhlen plus. Meereshöhlen plus, also eher Meereshöhle. Ich habe nicht genug Gift dafür dabei, ich habe nur einmal Gift dabei, da würde ich eigentlich nicht Meereshöhlen machen, vor allem gibt es da eh kein Mittel gerade. Ja, Entschuldigung, ich kann nur das machen. Raumkämpfe, dreimal Verfluchte, Alltag aktivieren. Plus 40% erhalten, Heilung. Plus 12 ausweichen, Minus Schaden, der Hundemeister. Die macht sowieso schon wenig Schaden. Dodger, Flakka, Guppy, Knufi. Ich glaube ich mache ich lieber das. Ich brauche Bilder, ich muss das machen. Überrennt. So. 12, dreimal Schaufel, dreimal Schlüssel, 10 Fackeln, mindestens 3 Weibers, weil ich muss dreimal Verfluchten Altar aktivieren, ne. Und das andere nämlich auch ein bisschen mit. So. Ja. Nehme ich noch ein Weibers, damit ich noch etwas benutzen kann, was nicht dazu gehört. Ach, muss Raumkämpfe abschließen? Ich bin doch dumm. Das hat man davon, wenn man sich umentscheidet. Wir arbeiten jetzt an einem unpassenden Ort. Mäh. Und die Falle haben wir nicht gescoutet. Die aber sie ist ausgewichen, das ist ganz okay. Wenn das Ausweichen klappt, bin ich gar nicht so böse drauf. So Raumkämpfe. Ich muss also viel durch die Gegend laufen. Ich habe jede Menge Weibers damit funktioniert. Weibers sind bei Kulten gekritzt. Nicht wirklich. Gleich ist das was, wo man noch nicht mit irgendwas beträufeln darf, damit es besser wird. So. Zwei tot. Und ein Quid. Ich muss erst der Fall im Femm-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum. So. Erkunden. Also die könnte dich besser erkunden. Raumkämpfe muss ja abschließen. Raumkämpfe muss ja eh dahinter. Das ist eh dahinter. ich auch so offen auf die schweine ich habe 17 leben what the fuck man und sie weichen aus 16 ausweichen weil ich mir sagen wir sorgen dass nicht mehr ausweichen wenn sie ganze zeit ausweichen wollen diese schweine echte sind ekelhaft die rote seuche das hat denn jetzt bekommen wir schon gegen bluten minus max und minus geil weil du weißt ja nicht mehr so gut aus fröhlich kann ich die rote sollte sogar erst in mittleren schwierigkeitskraft bekommen flitzende deutscher raus geht's da komme ich zur stimme den ganzen quatsch wenn ich den kaputt hauen kann und nutzte danke schön hier ist nichts drin das weiß ich schon wenn ich bekomme ich in beruflich im schweinlich material nein ich muss das noch weg machen auch wenn es das beute ich hätte wahrscheinlich gar nicht probiert sonst du hast 80 prozent falle sehr gut die falle weg auch 80 prozent falle krass aber ich habe dabei war somit 30 leben ok dem sollte man leben 4 bis 7 bluten 3 4 bis 8 dann lieber so wenn die so viel leben haben kann ich nur vergiften dann wird das effektiver so ausweichen oder erstmal anbrillen anbrillen schmerzen machen sie schon mal weniger schaden nämlich gegen krangel gegen bluten ok das ist schlecht au die hat so viel stress auf die mann die gehen alle nur auf dich und betäubt na super ja kostet ihr den hast du keinen schaden aber stress ist bei dem echten problem man das ist selbst stärken trommeltes verdammt das ist so schlecht ich glaube ich kann mich nicht ausweichen bitte, komm Knufi ja, Knufi ist mutig hinter mich lässt niemanden vorbei nicht schon wie das dann ah, wie das jetzt ist das? giften zum bluten bringen endlich mal heilen sehr gut offenbar gibt es Wunder allerdings bin ich kein Heiliger das ist echt geil 5 bis 9 bis 13 komm mir mal einer und betäubt es damit auch noch erbrechen ey der quatscht einen so an im wahrsten des Wortes nochmal drum, wenn das Verderben ist ich hätte den töten sollen er hat schon wieder fast 100 durchwurf hier zack jetzt machst du ihn auch noch platt die kämpfe damals auf jeden Fall länger Schaden gegen Scheuser Minus ausweichen ähm, Weihwasser Leute sind im Altar Tick entfernt Labyrinth Hauser ah, deswegen hat er so viel Stress gekriegt nice geläutete Altare sind echt krass gut da kann ich mir jede Menge Geld sparen das war quasi gerade 1000 irgendwas, was mir einfach so geschenkt wurde weil Tick entfernt ja, das ist den nächsten Mal nicht so überleben ach, die mit, nein, die mit ihren Haken jetzt krypten die mich wieder tot glaub ich ach, sehr gut ausgewichen anbrüllen au das tut so weh, der Haken der Haken tut so weh, wenn er trifft so, eingetötet gift 60% Widerstand dann vielleicht doch einfach den Durchwurf benutzen und du halt dich mal selber aber wenigstens hat das gut funktioniert auch wenn du danach lootest aber du hast dich gehalten naja, es ist tot, wenn er dran ist aber er ist nochmal dran, zum Selbstheilen sehr gut hat nicht viel gebracht kann ich noch kaputt hauen kann schon 300 Gold nicht mehr mitnehmen kann 300 Gold nicht mehr mitnehmen will ich irgendwas dafür weg tun oh, so muss ausreichen so, wiederum gibt's gar nicht, oder? ist es nur der eine, oder wat? ah nein, da sind noch ein paar okay end schafft der eigentlich der eigentlich irgendein besonderen Bonus auf Falle 80 na hier, ein scherberer Falle könnte ich mal was herumtreibers mächtigen ja, da sind noch ein paar